Diese fünf Sternzeichen werden von Februar bis Juli 2023 die größten Veränderungen erleben. 2023 wird ein Jahr großer Veränderungen in allen Aspekten des Lebens. Bei manchen Sternzeichen werden sich die Punkte zum Positiven verändern, während bei anderen Sternzeichen die Veränderungen im Jahr 2023 sicherlich eher nachteilig sein werden. Aber was ist mit deinem Sternzeichen? Wird dein Sternzeichen 2023 Glück haben? Bei diesen fünf Sternzeichen wird es vielleicht nie wieder so sein wie zuvor. 2023 wird eine Achterbahnfahrt. Diesen fünf Sternzeichen stehen dieses Jahr noch einige große Veränderungen bevor. Stier In den nächsten sechs Monaten wirst du viele Veränderungen erleben. Du wirst dich selbst